Für Altona kämpft Matthias Bartke für dich. Um 12 Euro Mindestlohn für gerechte Löhne für alle. Für bezahlbares Wohnen durch mehr Neubau und gegen rechts. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Sein Wahlkreis ist tolerant und weltoffen. Zwischen Elbstrand und Lurup hast du mit ihm seit 2013 eine starke Stimme in Berlin. Aus Respekt für dich, Kompetenz für Hamburg. Hamburgs stärkste Stimmen für Berlin. Alle Stimmen für die SPD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017